Durch einen Brand in einem Hinterhaus an der Harler Straße in Minden wurden am Donnerstagabend 15 Menschen obdachlos. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Um 19.46 Uhr erreichte uns der Alarm, dass hier an dem Eckhaus in der hinteren Teil Flammen und Rauch aus dem ersten Obergeschoss bringen sollten. Daraufhin hat sich die Erlöschung von der Luftfeuerwehr hier zur Einsatzstelle gegeben und wir mussten feststellen, dass dort eine Wohnung bereits hinten im Brand stand. Wir wollten das Haus allerdings auch nur durch den hinteren Zugang hier oder beziehungsweise durch den Zwischengang erreichen. Dann ist einfach in das Haus vorgegangen. Wir konnten alle Personen, die dort anwesend waren, entweder herausführen, beziehungsweise sie hatten schon das Gebäude entsprechend verlassen zu schaden. Die kommen jetzt also insofern niemand. Allerdings gibt es jetzt noch zahlreiche Nachwuchsarbeiten oder reiche Löcherarbeiten hinsichtlich dessen, dass wir da oben eine Dachkonstruktion haben aus Holz und Teerwaffe, in der natürlich jetzt noch einige Blutnester sitzen. Und wir müssen natürlich darauf achten, dass uns jetzt das Feuer nicht noch auf andere Gebäude gerade übergreift, beziehungsweise nicht entsprechend ausbreiten. Aber wir haben jetzt genügend Kräfte vor Ort. Im Augenblick sind hier im Einsatz die Busfeuerwehr. Der Löschstückstatt Mitte und die Löschbufe Ahlen. Und wir haben auch einen Bus geordert, um die Personen, die hier jetzt im Augenblick zunächst mal im Freien stehen müssen, die im Hause waren, kurzfristig zumindest aufgewärmt und untergebracht werden können. Das handelt sich um unseren Einsatzleiffluss von der Feuer- und Rettungswache, der wir jetzt im nächsten Mal hier einladen. Die Lösch- und Sicherungsarbeiten dauerten bis in die Nacht an. Die Polizei sperrte den Brandort weiträumig ab. Die Polizei sperrte den Brandort.